Die laufen dann mit einem T-Shirt rum im Sommer, wenn sie da irgendwie am Baggersee sind. Ja, das ist halt das Problem. Er bringt halt auch immer gute Beispiele und es ist halt so anekdotische Evidenz. Und na klar, wie gesagt, das sagt ja auch keiner. Das ist halt so ein bisschen Strohmann. Das hat sie ja jetzt auch gar nicht gesagt. Okay, wir kommen zu Unbubble. Das wird hier, glaube ich, eine längere Kiste. Ich habe das Video schon so ein bisschen selbst durchgeskippt, aber ich möchte trotzdem gerne noch darauf reacten, wenn ich darf. Ich hoffe, sie lassen mich. Muss man ja bei ZDF immer so ein bisschen gucken und öffentlich-rechtlichen. Botox, Nasen-OP, BBL, Schluss mit Beauty-Eingriffen, 13 Fragen. Und die erste Frage habe ich jetzt mal gerade geskippt, nämlich sollte man Schönheits-OPs lassen oder nicht? Hier, das ist die Seite Pro-Schönheits-OP auf dem gelben Feld. Und auf dem grünen Feld ist die Seite Kontra-Schönheits-OP. Und wir gucken doch jetzt einfach mal, was da verzapft wird. Let's go! Ob Brustvergrößerung, Brazilian Butt-Lift oder auch nur ein bisschen Botox. Schönheitsoperationen werden immer normaler, vor allem bei jungen Menschen. Und durch Social Media sind sie auch schon lange kein Tabu mehr. Und selbst bei kleineren Eingriffen gibt es natürlich immer ein Risiko, dass gesundheitlich am Ende doch etwas schiefläuft. Aber wenn die Personen, die das machen, sich dessen bewusst... Aber selbst bei kleineren Eingriffen, würde ich sagen. ...sind und es trotzdem machen wollen, weil sie Bock drauf haben und sich am Ende vielleicht sogar schöner und wohler in ihrem Körper fühlen, dann why not eigentlich? Aber wie immer ist es natürlich nicht so einfach, weil sonst würden meine Gäste hier heute nicht auf diesem Spielfeld stehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie einen Kompromiss finden werden zwischen machen oder lieber lassen. Ich bin auch gespannt. Ich glaube, eigentlich sind beide Seiten gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist ja jetzt nicht so eine Ja-Nein-Frage. Ich glaube, wenn ich das mal vorausschicken darf, viele Menschen haben dazu so eine Meinung im Sinne von Ja, natürlich ist es okay, aber eher in Maßen. Hier gibt es vielleicht noch ein paar extremere Positionen, werden wir gleich sehen. Ich bin mal gespannt, wo die Position vom ZDF ist. Denn sind wir mal ganz ehrlich, in den letzten Wochen und Monaten ist ja oft deutlich geworden, dass die Moderatoren selbst auch eine Position haben und nicht ganz neutral sind. Also würde ich sagen, in ein paar der älteren Folgen. Ich sage das nur, weil es für mich gerade schon so ein bisschen geklungen hat von wegen Ja, ist doch voll okay, solange die Leute sich gut fühlen. Ich bin mal gespannt. Lass uns auch mal da ein bisschen Fokus drauf setzen, wie die Fragen formuliert werden. Let's go! Wie immer erst mal die Frage an euch. Wo würdet ihr auf dem Spielfeld stehen? Grün oder gelb? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich lege direkt los und zwar so richtig los, Marlena. Wo würde ich stehen? Ich würde wahrscheinlich auf grün stehen, weil ich wahrscheinlich eingeladen würde, wegen meinen kritischen Videos, also auf nein. Ich glaube zum Beispiel Gnu wäre hier in der Runde auch interessant gewesen, weil sie halt selbst schon welche gemacht hat unter Spritzung und die auch total bereut. Die würde wahrscheinlich auch auf grün stehen. Interessant. Ich als erstes fragen, was hast du alles an dir machen lassen? Also ich habe relativ früh meine Brüste vergrößern lassen, das mit 19 Jahren. Und seitdem habe ich einige Eingriffe in meinem Gesicht machen lassen, unter Spritzung, Methyluron und Botox. Es ist super wichtig, dass öffentlich dazu gestanden wird und gerade auch, dass Ärzte heutzutage online darüber aufklären. Und bevor man mit etwas an sich unglücklich ist, sollte man es einfach verbessern. Ersten Punkt der Message fand ich richtig gut im Sinne von transparent sein, weil das finde ich sehr gut, wenn man was an sich machen lässt, dass man damit auch offen umgeht, um eben unrealistische Schönheitsstandards so ein bisschen zumindest zu brechen und zu sagen, ey, ich erreiche diese Standards auch nicht, weil ich so geboren bin. Aber der letzte Punkt, wenn etwas an einem stört, dann sollte man es ändern, stimme ich teilweise zu. Also es ist halt oft ein bisschen blöd, den Shortcut zu nehmen und in manchen Hinsichten vielleicht wirklich förderlich, wenn man ein richtig großes Problem mit einer Sache hat. Das habe ich ja auch schon oft in Videos gesagt. Wenn du dein Leben lang unter einem bestimmten Körperteil leidest, natürlich kann es dann die schnellere und effizientere Lösung sein, das zu operieren. Da bin ich voll dabei. Da bin ich auch ehrlich gesagt sehr pro Schönheits-OPs. Ich bin froh, dass es sowas gibt in einem Land wie Deutschland. Aber dieses, okay, mich stört hier gerade mal was. Und vor drei Wochen habe ich gemerkt, dass ja mein eines Ohrläppchen ein bisschen größer ist als das andere. Verdammt, da muss ich mal demnächst wieder mal einen Termin bei meinem Lieblings-Beauty-Doc machen und gucken, was ich dagegen jetzt machen kann. Und dann wird das gemacht und dann fällt einem auf, ah ja, Moment, aber jetzt, wo meine Ohrläppchen so symmetrisch sind, da sehe ich ja, ich habe ja total die Augenringe. Ja, scheiße, muss ich ja nächsten Monat vielleicht nochmal einen Termin beim Doktor sowieso machen. Das ist halt das, wo ich sage, vielleicht dann doch mal eher am Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz arbeiten. Und damit ist, glaube ich, die Runde schon ganz gut zusammengefasst. Aber wir gucken erst mal weiter. Nicht fertig. Also du würdest auch noch weitere Eingriffe machen. Also zum Zeitpunkt jetzt fühle ich mich so sehr wohl und habe jetzt für die Zukunft noch nichts geplant, aber ich würde es definitiv nicht ausschließen. Steffi, kannst du das nachvollziehen, was sie sagt? Ich kann es zum... Angie schreibt, ich finde, dass gerade diese Menschen durch zu viele OPs sehr viel verlieren. Mimik und Arschsprache unter anderem. So schade, wenn man so aufgedunsen ist, dass man nicht mal mehr das Lachen sieht. Das ist natürlich jetzt hart formuliert, aber ich muss sagen, mir ist es natürlich auch gerade in den Kopf gegangen. Also sie hier hat zum Beispiel jetzt gerade deutlich mehr Mimik als die Vorsprecherin. Ein Teil nachvollziehen, weil ich habe auch schon... Alleine, was hier so Lachfalten betrifft und... Aber vielleicht spricht sie auch absichtlich so, weil sie nicht... Also die andere Frau, vielleicht spricht sie auch absichtlich so, weil sie keine Falten möchte. Einiges machen lassen, aber ich bin auch schon... Also ich habe tatsächlich schon meine Nase machen lassen. Mich hat es einfach so gestört, wenn mich Leute von der Seite angeguckt haben. Ich konnte es nicht aushalten. Mein ganzes Leben hat sich nur um meine Nase gedreht. Als das erledigt war, war alles in Ordnung. Die hat mich wirklich glücklicher gemacht. Aber meine Brust-OP, die war dann für mich nur so... Ach ja, alle machen das jetzt irgendwie und es sieht irgendwie gut aus. Ach, dann mache ich das jetzt auch mal. Vielleicht bin ich dann mehr Frau. Und ich war nicht mehr Frau. Ich war keine andere Person dadurch. Und ich habe fünf Jahre lang, bin ich jetzt mit Rückenschmerzen rumgelaufen. Mir hat kein Oberteil mehr gepasst. Ich habe mich nicht wohler gefühlt. Ich habe mich mehr unwohl gefühlt. Und deshalb kann ich sagen, es gibt OPs, die sind wirklich fürs Wohlbefinden da. Und OPs, die sind einfach wirklich nur dafür da, damit man einfach irgendeinem Schönheitsideal hinterherrennt. Boah, da würde ich fast zu 100 Prozent zustimmen. Finde ich eine sehr gute Aussage. Sie ist, glaube ich, auch vom Bachelor, ne? Ich habe bestimmt auch schon mal den einen Kommentar über sie gemacht in der Vergangenheit. Ich muss sagen, ich würde fast zu 100 Prozent zustimmen. Denn sie hat jetzt am Ende gesagt, es gibt Schönheits-OPs, die sind definitiv für einen persönlich. und andere, die sind, weil man nur einem Ideal hinterherrennt. Ich denke mal, ihre Nasen-OP war auch, weil sie eben einem Schönheitsideal gefolgt ist, was eben in der westlichen Welt einfach existiert. Nämlich diese Nase ohne Hubbel, klein und zierlich und stupsig. Dementsprechend würde ich da nicht mal unterscheiden. Ich würde eher unterscheiden im Sinne von, dass es ein Problem, was sie jahrelang belastet hat und dass sie vielleicht durch Arbeit an sich selbst nicht mal in den Griff kriegen konnte, weil sie es einfach nicht geschafft hat, ihren Körper dort so lieben zu lernen. Und die Brust-OP war vielleicht wirklich eher so eine kurzfristige Entscheidung, ohne einen großen Leidensdruck, mit einem kleinen Leidensdruck, der eher aufgrund von Trends und so entstanden ist. Und da ist, würde ich sagen, der Unterschied. Aber ansonsten würde ich ihr sehr, sehr zustimmen. Damals das Vorbild, so Kim Kardashian, Khloe Kardashian, so die ganzen Kardashians eigentlich waren meine Vorbilder damals. Und ich habe damals, glaube ich, einfach nach diesem Trend gehandelt, weil alle gefühlt so aussahen, weil jeder irgendwie sich gerade große Brüste hat machen lassen, weil jede Person sich gerade auch schon fast den Arschgröße hat machen lassen. Und mittlerweile habe ich die Brust-OP rückgängig gemacht. Das ist ja auch so eine verzerrte Wahrnehmung. Man hat schon immer so das Gefühl, ja, jeder lässt sich gerade den Po machen. Aber in Wirklichkeit sind halt hauptsächlich die Leute aus der Medienbranche. Also klar, das Brasilian Butt Lift, kennt ihr ja auch die Zahlen, exponentiell gestiegen. Gar keine Frage. Also der Trend ist da. Von den Leuten, die es jetzt mehr machen, gibt es einen exponentiellen Anstieg. Aber ich glaube, wenn du einfach mal, keine Ahnung, irgendwo in Bayern oder Baden-Württemberg oder so in irgendeinen Kuh-Kaff fährst, wo, keine Ahnung, oder dir zehn Kuh-Kaffs nimmst und da wohnen insgesamt, keine Ahnung, 50.000 Menschen. Ich glaube, da hat kein einziger ein BBL. Um das jetzt mal so zu vereinfachen. Ich glaube, man nimmt das halt wahr, so wie gefühlt jeder hat ein BBL, weil halt in den Medien viele Menschen das machen. Und das reflektiert dann natürlich irgendwie aufs eigene Leben. Ich bin ehrlich gesagt viel glücklicher als zuvor. Nektarius, wie häufig passiert es denn bei dir, dass Frauen zu dir kommen oder auch Männer und sagen, ey, ich möchte so aussehen wie Kylie Jenner oder ich möchte die gleichen Lippen haben wie Hayley Bieber? Passiert das oft? Also wir haben tatsächlich in den letzten Jahren eine deutliche Veränderung in diese Richtung erlebt. Hat sicherlich mit Social Media zu tun, dass die Menschen diese Vorbilder erleben, ständig vorgehalten bekommen durch Swipen und so weiter. Und dann kommen die auch auf einen zu und sagen, genauso möchte ich aussehen. Oh, das finde ich gut, dass er da ehrlich ist. Das finde ich toll. Finde ich sehr gut, dass er das auch ehrlich zugibt. Unsere Aufgabe, das entsprechend dann für die Patienten transparent zu machen, zu erklären, wo sind die Limits, wie weit kann man kommen und ist das realistisch überhaupt die Latte eben da hinzuhängen. Also die positiven Seiten. Was mir noch gefehlt hätte, wäre, passt das zu der persönlichen Gesichtsform, was er jetzt nicht erwähnt hat. Er hat ja gesagt, okay, dem Patienten vielleicht erklären, kann man das schaffen, die gleichen Lippen zu haben wie Kylie Jenner. Aber für mich fängt es viel weiter vorne an mit der Frage, bin ich überhaupt der Typ für diese Art Lippen? hat sich, macht sich mein, also wir müssen ja nicht drum herum reden, es gibt einfach verschiedene Typen von Menschen. Es gibt Menschen mit, keine Ahnung, sehr, sehr voluminösen, gepolsterten Wangen. Es gibt Leute, die sind eher slim. Es gibt Leute, die haben eine hohe Stirn, eine Nase mit einem Hügel drauf, große Lippen, breite Nasen, schmale Lippen, nah beieinander stehende Augen, weit auseinander stehende Augen. Und wenn wir jetzt irgendwie in so High Fashion gucken, ich meine jetzt nicht Gigi Hadid oder Kylie Jenner, sondern so andere High Fashion Models, die durch, die weniger durch Beziehungen, sondern eher durch ihr extraordinäres Aussehen in die Branche gekommen sind. Und wenn wir zum Beispiel auch im Bereich Schauspiel gucken, dann gibt es ja ganz viele Menschen, die auch Charakter haben und eine Einzigartigkeit, die eben nicht aussehen wie jeder Zweite und Dritte auf Instagram, eben aus dem Grund, dass man als Charakterdarsteller zum Beispiel in Hollywood-Filmen einen Wiedererkennungswert haben sollte. Also da gibt es zwar auch schöne Frauen, so gar keine Frage, jetzt nur als Beispiel, aber eben auch Frauen, die, naja, auch Makel haben, die sie aber zu dem machen, was sie sind. Und ich denke jetzt mal zum Beispiel einfach an, den nehmen wir denn, wir können ja direkt mal ins Beispiel auch ältere Leute gehen, wenn wir jetzt auf eine, wie heißt der nochmal, die Teufelträg Prader gespielt hat. Hier die ältere Dame. Meinst du, ich komme jetzt auf den Namen? Nicht Kate Moss. Aber hier zum Beispiel Kate Moss, ja klar, überleg doch mal Kate Moss mit ihren Armen Meryl Streep, genau. Die hat ja auch zum Beispiel sehr so eine leicht hakenartige Nase, würde ich fast sagen. Na, okay, nicht hakenmäßig, aber zum Beispiel, ich finde, das macht bei ihr sehr viel aus, was ihren Charakter betrifft. Ich zeige es euch hier mal gerade. Auch wenn man es jetzt von vorne vielleicht nicht so sieht, aber das ist zum Beispiel etwas, das sie sehr, sehr, sehr definiert, diese Art der Nase, keine Stupsnase zu haben. Oder warte, wen hatten wir hier gerade? Kate Moss. Können wir uns ja auch nochmal kurz angucken. hat halt dieses, gucken wir mal Bilder von ihr, sollen wir von früher angucken? Ja, komm, nehmen wir mal früher. Also hier zum Beispiel sieht man ja eindeutig, sie hat zwar auch, sie hat jetzt keine ganz, ganz dünnen Lippen, aber sie hat ja jetzt überhaupt nicht diese doppelt, dreifach aufgeplusterten Lippen, die man manchmal auf Instagram sieht. Und das passt aber auch zu ihrem Gesicht, weil sie hat zum Beispiel auch sehr feine Augenbrauen, eine sehr kleine Nase und ein sehr zierliches Kinn auch, kein kantiges Kinn. Und wenn sie jetzt so riesen Lippen hätte, würde das vermutlich total weird aussehen. Dementsprechend, okay, long story short, hätte ich hier irgendwie mir gewünscht, dass er auch sagt, dass es vielleicht zum eigenen Körpertyp passen sollte. Okay, ich versuche nicht mehr so viel dazwischen zu reden. Weiter geht's. An der ästhetischen Chirurgie, die ich bei meinen Patienten so beobachte, ist die Stärkung des Selbstbewusstseins, dass die Patienten und Patientinnen mehr Lebensqualität bekommen und tatsächlich mit Problemen, mit denen man sich früher begnügen und abfinden musste, eben besser fertig werden, weil sie sie korrigieren können. Marlena, worum ging es dir, als du das gemacht hast oder vielleicht auch heute noch, wenn du Eingriffe machst, was war das Ziel? Wolltest du selbstbewusster werden? Wolltest du schöner werden? Hattest du vielleicht einen Druck von anderen Klassenkameraden oder was auch immer? Also selbstbewusst war ich zum Teil auf jeden Fall immer schon. Es ist so, dass ich das für mich mache, mir gefällt es und ich optimiere meinen Körper so und mache das, was mir gefällt. Und da ist mir auch egal, was andere dazu sagen. Steffi, darf ich dir eine Frage stellen? Warum mache das, was mir gefällt? Nur mal so als Idee in den Raum. Ich finde es krass, dass das, was ihr gefällt und wie sie ihren Körper optimiert, dass das exakt dem Schönheitsideal entspricht. Also ich sehe jetzt nicht, dass sie sich hier ihre Nase hat vergrößern lassen oder ihre Lippen mit Hyalase verkleinern hat lassen, noch zusätzlich, also kleiner als ihre Ursprungslippen oder dass sie sich hier irgendwie eine Speckfalte hat spritzen lassen. Das sehe ich nicht. Ich sehe natürlich genau das, was im Mainstream gerade Trend ist. Und deswegen, ich glaube ihr das, dass sie auch vorher Selbstbewusstsein hatte, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass diese OPs nur eigenmotiviert sind. Also sie sagt ja selbst, sie optimiert sich, also optimiert sie sich schon nach einem bestimmten Ideal. Und ich optimiere meinen Körper so und mache das, was mir gefällt. Und da ist mir auch egal, was andere dazu sagen. Also sie optimiert ihren Körper, aber sie macht nicht nur das, was ihr gefällt, sondern sie macht eigentlich das, was allen gefällt, würde ich behaupten. Steffi, darf ich dir eine Frage stellen? Warum stehst du im grünen Feld und sagst, Schönheits-OPs lassen, wenn du selber gesagt hast, es hat dich glücklicher gemacht, deine Nase zu machen? Das verstehe ich nicht. Weil ich einfach der Meinung bin, dass die meisten Schönheits-OPs einfach aus den falschen Gründen gemacht werden. Und so etwas wie eine Nasen-OP, die bei mir hauptsächlich, also die war natürlich nicht nur der Schönheit geschuldet, sondern die war auch der Funktion, kann ich sagen, das ist für mich nicht nur eine Schönheits-OP. Für mich zählt Schönheits-OPs einfach so etwas wie eine Brust-OP, die ich einfach machen lasse, wo ich sage, ach, ich mache mir jetzt einfach mal... Das finde ich ehrlich gesagt gerade schwach von ihr argumentiert. 600er Implantate da rein, weil ich sage, ich möchte das jetzt machen, weil ich aussehen will wie Kylie Jenner. Wenn ich das... Weil wir wissen ja, jeder Zweite begründet seine Nasen-OP damit, dass es halt auch was Medizinisches war, weil man ja wahrscheinlich auch ein Problem mit der Nasen-Scheidewand hatte, so wie ungefähr jeder Mensch. Sie hätte meiner Ansicht nach jetzt sagen müssen, ich stehe hier auf der Seite, weil ich natürlich nicht dagegen bin, grundsätzlich Schönheits-OPs zu machen. Das kann Leidensdruck nehmen, aber ich möchte Awareness dafür schaffen, dass wir in der heutigen Gesellschaft zu vorschnell mit uns unzufrieden sind und schnell was ändern wollen und dass man vielleicht dreimal überlegen sollte, bevor man etwas ändert. Ich glaube, das wäre die bessere Antwort gewesen. Richtig verstanden habe, Steffi. Trennst du ja zwischen was macht man aus Wohlbefinden, also weil es vielleicht wirklich eine Last für einen war, bei dir in deinem Fall war es die Nase, und was macht man aus einem Druck gegenüber Schönheitsidealen. Und deswegen würde mich da nochmal interessieren, kannst du denn bei Marlena... Hat sie gut nochmal zusammengefasst jetzt an der Stelle, die Moderatorin. ...nachvollziehen? Oder nimmst du ihr das ab, dass sie sagt, dass es sie glücklicher macht? Ich glaube tatsächlich nicht, dass wenn man wirklich in sich reinhört, dass es einen wirklich glücklicher macht, weil glücklicher macht einen wirklich was, was von innen herauskommt, aber nicht durch eine Schönheits-OP. Ich bin quasi das lebende Beispiel dafür. Es hat mich wirklich glücklicher gemacht und ich bin so glücklich, dass ich diesen Eingriff gemacht habe und auch... Ich wollte jetzt was Gemeines sagen, aber ich sage es nicht. Mit dem Ergebnis? Ich will sie jetzt auch nicht persönlich angreifen, aber es ist ein bisschen scheinheitlich, muss man so sagen. Scheinheitlich deshalb, ohne jetzt wirklich provokant sein zu wollen? Soll ich sagen? Ich würde eigentlich nur sagen, ich kann eigentlich nicht sehen, dass sie glücklich ist, weil sie halt bis jetzt noch nicht gelacht hat. Aber das ist halt... Ja, I don't know. Das ist halt auch die Definition von Glück. Das ist jetzt anekdotische Evidenz, können wir nicht wirklich sagen. Macht es einen glücklicher? Ja, vielleicht hat es sie glücklicher gemacht. Wie gesagt, ich finde auch gerade blöd, dass es jetzt... Also er hat jetzt zu Recht einen Angriffspunkt, weil er jetzt sagen kann, ja, Steffi, du hast so gerade gesagt, hier, das mit deiner Nase ist aber voll scheinheilig. Das ist voll das Bullshit-Argument. Finde ich gerade schade. Eine Nasen-Operation kann rein funktionell ablaufen, die lässt dann einen besser atmen, aber das heißt nicht, dass man ein glücklicherer Mensch ist. Ich habe den Eindruck, ich bin eben im Aufzug, bin ich an dir vorbeigelaufen, dass an der Nase ein bisschen mehr gemacht worden ist, als dass lediglich die Nasenscheinwand gerade gestellt worden ist. Und wenn du mir in Höcker abgetragen worden bist oder so und das macht dich glücklich, dann fällt das definitiv in den Bereich der Schönheitschirurgie. Das heißt, die Schönheitschirurgie hat dich glücklich gemacht. Wir sprechen jetzt die ganze... Ja, und das ist halt das Problem. Hier hätte man sofort differenzieren müssen zwischen, ja, wie gesagt, Schönheitschirurgie im ursprünglichen Sinne. Also jetzt mal ganz ehrlich, warum wurde Schönheitschirurgie entwickelt? Vielleicht sollten wir mal darauf zurückkommen. Ganz ursprünglich, um halt Leute, die richtig, richtig entstellt waren, um denen ein bisschen Alltag zurückzugeben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, jemand hat im Krieg eine Granate abbekommen und dann wurde versucht, das Gesicht zu rekonstruieren, sodass die Person nicht komplett in Anführungszeichen entstellt aussieht. Und natürlich, bei sowas würde jeder sagen, okay, Schönheits-OP, you go for it. Und wie gesagt, wenn man jetzt ein Körperteil hat, was komplett abseits der Norm ist und man wirklich vielleicht das Gefühl hat, ey, mit diesem Körperteil fühle ich mich einfach unwohl. Es gefällt mir nicht, es erinnert mich an meine schlimme Schulzeit oder was auch immer, dann ist das natürlich auch nach wie vor ein legitimer Grund. Aber es geht ja in, glaube ich, meiner Kritik und eigentlich auch in der Kritik von dieser Steffi, sie drückt es vielleicht nicht richtig aus, darum, wie wir heute mit Schönheits-OPs umgehen im Sinne von, ach, ich habe das jetzt vor einem Monat gesehen, dass man sich ja den Po größer machen lassen kann. Stimmt, ja, also mein Po, ich habe jetzt noch nie so bewusst drüber nachgedacht, aber der ist schon nicht perfekt, also der könnte auf jeden Fall runder sein. Ja, vielleicht wäre das BBL was für mich. Ja, vielleicht mache ich das in Zukunft. Das meinen wir, glaube ich, dieses, wozu es sich heute entwickelt hat, so, ja, in einer Parodie, wo sich halt kerngesunde Menschen, die vielleicht vorher nicht mal ein Problem mit sich hatten, aufgrund von geschicktem Marketing und Vorbildern im Netz, auf einmal entscheiden, ihre eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Es ist halt von Frauen, statistisch gesehen, ist es auch so, dass Frauen immer noch die Nummer eins bei den Schönheits-OPs oder auch sogenannten minimalinvasiven Eingriffen sind, aber wir merken auch, die Zahlen der Männer steigen. Wie ist das bei dir? Also wie ist da das Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Tatsächlich war das Verhältnis früher mal so 90 zu 10, also 10 Prozent Männer, 90 Prozent Frauen, aber das verändert sich jetzt gerade doch sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr schnell und auch das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass die Männer jetzt dort auch den Weg in die ästhetische Chorie für sich entdeckt und gefunden haben und diese Vorstellung, wir haben es ja eben schon gehört, der Selbstoptimierung, das ist so ein Begriff, der in den letzten Jahren doch immer häufiger dann auch gefallen ist in dem Zusammenhang, den finden wir jetzt bei den Männern genauso wie bei den Frauen. Finde ich super interessant, das Phänomen generell. Also da könnte man bestimmt so kulturell und so viel drüber machen, dass Männer tendenziell, also woran liegt das? Liegt das, also es kann ja an so vielen Sachen liegen, kann daran liegen, dass es normaler wird, dass es weniger Tabus gibt, dass es auch mehr Werbung gibt auf Social Media, aber vielleicht auch daran, dass natürlich die Rollen von Frauen und Männern in der Gesellschaft auch immer mehr aufgebrochen werden. Jetzt mal ganz blöd und ohne Wertung gesagt, wir gleichen uns immer mehr an, also es gibt nicht mehr so klare Rollenverteilungen, natürlich teilweise schon noch enorm, aber ich würde behaupten, es nähert sich und dadurch kann es natürlich auch sein, dass sich solche Phänomene angleichen. Ich glaube nicht, dass das nur Social Media ist. Ich glaube, das ist auch dieses, ja, Stereotype werden aufgebrochen. I don't know. Du bist ja der andere Mann auf dem Spielfeld. Hast du denn schon mal über eine OP oder über einen Eingriff nachgedacht? Nein, habe ich nicht. Noch nie? Nicht mal ansatzweise? Weißt du, was ich jetzt sagen würde als Kritiker? Naja, er ist ja auch normschön. Nee. Ich kann aber... Das ist mein Hasswort des Jahres 2023, normschön. Auch zum Beispiel jetzt nicht sagen, hey, vielleicht komme ich in zehn an die Situation, dass mir die halben Haare ausfallen. Was mache ich dann? Also du fließt es nicht aus? Ich schließe es nicht komplett aus, nein. Aber ich glaube, dass ich für mich eine bessere Arbeit damit leiste, wenn ich mich einfach versuche zu akzeptieren, wie es dann ist und es dann einfach hinnehme. Ich habe das Gefühl, wir müssen über Schönheits- OPs diskutieren, weil das Thema unter dem Radar schwebt. Mein Horrorszenario wäre, dass man es noch häufiger online sieht, im Fernsehen sieht, dass es noch mehr Leute verfolgen, es dadurch noch zugänglicher wird und dass quasi jeder nicht mehr so aussieht, wie er aussieht, sondern verbastelt ist. Aber was genau findest du daran schwierig? An dieser Entwicklung? Dass es ein gewisses Ästhetikbild gibt und die Leute sich sagen, hey, wie in einem Katalog, 600er Implantate, das hätte ich gern, ich hätte gern die Lippen von Kylie Jenner. Das finde ich einfach schwierig. Ich muss sagen auch, also wie gesagt, vielleicht bin ich da auch ein bisschen bua-mäßig, aber für mich ist es auch wirklich teilweise so ein bisschen satirisch. Also wenn man jetzt sich mal wirklich ein bisschen aus dieser Online-Welt rauszieht und gerade, ich glaube, die Älteren unter euch können das nachvollziehen, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag auf TikTok hängen und dann gehst du mal in irgendwie so einen Algorithmus, wo du durchscrollst, wo dann, keine Ahnung, es um Beauty geht und dann siehst du wirklich, du scrollst durch verschiedene Profile und du denkst, Moment mal, die habe ich doch eben schon gesehen. War das nicht die von gerade? Naja, weiter scrollen. Hä, schon wieder die gleiche Influencerin und es waren drei verschiedene. Also es ist wirklich mittlerweile, finde ich, nimmt es, also es karikiert sich irgendwie fast selbst und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass bald der Gegentrend kommen wird und eins ich Gleichheit mehr wieder im Vordergrund steht. Sehen wir ja jetzt schon. Auf TikTok und so gibt es einen Trend, habe ich auch noch nichts zu gemacht oder so, aber wäre vielleicht auch mal interessant für ein Video, dass ohne Make-up und mit Imperfektion auf einmal besser ankommt als gefiltert. Also es gibt tatsächlich so Leute, die testen das, die zeigen sich einmal ungeschminkt mit hier fünf Pickeln und fettigen Haaren und sagen so, das ist Video Nummer eins, ich werde exakt das gleiche sagen und dann machen die das gleiche Video nochmal perfekt gestylt und oft gehen die Videos viraler, in denen Unperfektheit vorherrscht. Dementsprechend meine Hoffnung ist groß, dass der Gegentrend bald kommt. Was wollte ich jetzt mal sagen? Vergessen. Ihr wisst schon. Diesen Teil der Selbstoptimierung, du guckst in den Spiegel und du siehst irgendwo dich, aber auch eine andere Version von dir, die nichts mit dir im Ursprung zu tun hat, würde ich behaupten. Wenn ich mir meine Wangenknochen machen lasse, dann ist das nicht mehr meine originale Gesichtsform und das finde ich einfach bänkstigend. Und da sage ich, dass Justus natürlich gut reden hat, wenn er da mit vollem Haar und als junger Mann da steht und sagt, das finde ich nicht gut, wenn man sich da die Jochbeinbögen aufbaut, aber was sagst du denn Justus zu einem neunjährigen oder zehnjährigen Jungen, der auf dem Schulhof gehänselt wird mit abstehenden Ohren, dass er lebt dann ein Leben lang und dann ist er 18, 19, 20 und kommt dann regelrecht auf allen Vieren angekrochen und sagt, bitte operieren Sie mich jetzt. Da würde ich natürlich erst mal sagen, sind vielleicht auch eher die Mobber das Problem an der Stelle, das vielleicht in erster Linie. Aber natürlich hat er einen Punkt, klar. Also wie gesagt, ich glaube aber, dieser Justus hat sich ja jetzt auch gerade in dem Moment nicht gegen Schönheits-OPs ausgesprochen. Er hat ja gesagt, ey, wenn was Gravierendes wäre und ich auf einmal totalen Haarausfall bekomme, ja, vielleicht wäre es dann eine Möglichkeit und dafür ist es ja gut, dass es schöne Chirurgie gibt. Das ist schon wieder so ein bisschen auf der falschen Ebene gegen argumentiert. Reden so ein bisschen aneinander vorbei. Das würde ich sagen, ist aus meiner Sicht in Ordnung, weil ein gewisses Leiden an Tag liegt. Aber wenn es kein wirklich, kein richtiges Leiden von Anfang an gibt, sondern du durch Social Media, durch Fernsehen anfängst zu denken, oh, ich reiche mir selbst nicht mehr oder ich reiche anderen nicht mehr, daraufhin dann irgendwo hinzugehen. Aber ist das nicht die Frage? Also wie macht man den Unterschied zwischen diesem Leid aus? Also wer entscheidet, welches Leid ist das richtige Leid? Ja, entscheiden kann man das nur für sich selbst und ich möchte es auch niemandem verbieten, auf gar keinen Fall. Marina, wie ist es bei dir? Würde ich auch sagen. Was hast du schon machen lassen? Ich habe gebotoxed, tatsächlich, ich habe relativ früh damit angefangen. Momentan sieht man es leider nicht mehr. Ich konnte seit über einem Jahr jetzt eigentlich gar nicht nachspritzen, weil ich ein Kind bekommen habe. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich im Spiegel schon stört. Und das ist jetzt für mich nicht das Social Media Bild oder die große Lippe, der ich nacheifere, sondern das ist für mich tatsächlich auch einfach, ich gefalle mir besser, wenn ich keine Falten auf der Stirn habe. Und ich mache das nicht für einen Mann, ich mache das nicht für ein Bild nach außen, ich mache das tatsächlich für mich und mein eigenes Spiegelbild, weil ich diesen Alterungsprozess für mich gerne ein bisschen aufhalte. Wir sind Frauen. Ist natürlich am Ende wieder das Gleiche. Ich muss natürlich sagen, ich finde Botox ist nochmal immer so ein Sonderfall, weil es meiner Ansicht nach, was meine Recherchen und so betrifft, wirklich die ist jetzt auch keine ärztliche Beratung hier an der Stelle, aber was die Risiken betrifft und die Langzeitfolgen und so wirklich am wenigsten, glaube ich, sich negativ auswirken kann, um das mal so zu formulieren. Also bei Hyaluron wissen wir, das kann wandern, es kann aufgelöst werden müssen, es kann Knötchen bilden, es kann sein, dass du mit Hyalase arbeiten musst und dass sie sich dann auch eigenes Hyaluron abbildet und bei Botox ist es relativ, also natürlich kannst du haben, dass was falsch gespritzt wird und du dann mit hängenden Augen rumläufst, aber auch das gibt sich dann nach ein paar Monaten. Ich würde mal behaupten, dass es noch einer, der eher, Alicia hat gesagt, ist okay, okay, ich gehe mich weg, Botoxen. Das will ich damit nicht sagen. Also ich habe selbst zum Beispiel jetzt nie gebotoxt und ich gehe jetzt auch fast auf die 30 zu. Das wäre aber das, wo ich vielleicht noch am ehesten sagen würde, dass das mir irgendwann mal passieren könnte, dass ich das tue, weil ich tatsächlich im entfernten Bekanntenkreis auch jemanden habe, der zum Beispiel eine stark ausgeprägte Zornesfalte hat, wo aber tatsächlich auch gesagt wurde, ey, du hast diese starke Zornesfalte, weil du eben oft so guckst und dass du oft so guckst, löst eben auch Kopfschmerzen aus und vielleicht kann das sogar helfen, wenn man die Zornesfalte behandelt, dass auch weniger Spannungskopfschmerzen auftreten. Dementsprechend, es gibt ja zum Beispiel auch medizinisches Botox fürs Knirschen, was du hier in den Kiefer machen kannst und so. Dementsprechend finde ich, ist das nochmal so ein bisschen ein Sonderfall, aber grundsätzlich reden wir natürlich von den gleichen Schönheitsidealen, glatte Haut, Jugend und so weiter und so fort. Wir sind selbstbestimmt und wir machen das für uns und deswegen dürfen wir das auch. Und was sagst du zu Leuten wie Justus zum Beispiel, die sagen, naja, aber wenn du das Bedürfnis hast, was zu ändern, dann arbeite doch lieber an dir selbst, dass du das schaffst, dass du die Sachen einfach so embraced, wie sie sind und sie genauso gerne hast. Also man könnte auch an sich selber arbeiten und dann lieber blond bleiben, anstatt dass man sich die Haare braun färbt. Kann man auch, aber ist es jetzt unbedingt notwendig oder ist es einfach auch okay, sich selber zu verändern, um glücklicher zu sein und sich noch lieber in den Spiegel zu schauen, dass man es eh schon macht. Da kann man ja nur sagen, ist natürlich ein krasser Unterschied. Eingriffe und Haare färben, ich glaube, sollte jedem klar sein. Leonie, du bist einen Schritt nach hinten gegangen. Warum? Ja, weil mich dieser Vergleich mit Haare färben gerade ein bisschen gestört hat, weil ich, wenn das Schönheitsoperationen nochmal was anderes sind, als sich die Haare zu färben oder Make-up aufzutragen oder sich bestimmte Klamotten anzuziehen, weil es immer noch eine Operation ist. Mich stört an der aktuellen Debatte um Schönheits-OPs, dass gerade auf Instagram und Social Media Schönheits-OPs gerade als Selbstermächtigung abgefeiert werden, indem man sich hinstellt und sagt, hier, Schönheits-OPs sind total selbstermächtigend und es ist total normal und okay und legitim, sich was machen zu lassen. An der Entwicklung stört mich vor allem, dass damit meiner Meinung nach total außer Acht gelassen wird, welches Schönheitsideal dahinter steht, hinter so welchen Eingriffen. Das ist ein extrem toxisches Ideal, dem man auf natürlichem Wege eigentlich nicht gerecht werden kann und vor allen Dingen lastet der Druck ja gerade auch auf Frauen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es deswegen auch 88 Prozent der Frauen sind, die so welche Eingriffe machen lassen und das stört mich auch daran, dass Leute jetzt sagen, das ist ermächtigend und das ist empowernd, weil dann hört die Debatte genau da auf, weil man das einfach umetikettiert und sagt, das ist jetzt irgendwie ermächtigend und deswegen machen wir das jetzt alle. Dann kann man nicht mehr weiter darüber diskutieren, was das jetzt eigentlich weiterhin bedeutet. Das würde nämlich auch bedeuten, dass wir diese toxischen Schönheitsideale jetzt einfach akzeptieren, so wie sie sind, so normalisieren und was dann passiert, ist ja, dass der Druck sich nur noch erhöht, weil dann sehen wir immer mehr glatte Gesichter, gerade Nasen und dann fangen junge Mädchen zwangsläufig oder auch junge Männer an, auf Social Media nur noch diese glatten Gesichter zu sehen und dann ist es noch viel logischer, dass man bei sich dann einen Fehler sieht, wenn man nicht diesem Bild entspricht. Boah, fand ich sehr gut gesprochen. Sie hat geredet wie ein Löwe. Nein, wollte ich sagen, entspricht ja auch fast genau meiner Perspektive. Genau, das ist halt das Problem. Also, ich bringe gerne mal ein anderes Beispiel. Stellt euch mal vor, es wäre jetzt auf einmal, das Ding ist, mit Lippen und so sind wir immer so, wir kennen das und wir sind so in unserem Trott gefangen, dass das für uns nicht komisch wirkt, weil wir einfach keine Aliens sind, sondern wir sind in dieser Gesellschaft groß geworden und große Lippen und so. Diese Schönheitsideale kennen wir, aber sagen wir jetzt mal, es gäbe ein absurdes Schönheitsideal, weil auf einmal würden alle großen Models dieser Welt und in der Vogue und in der Cosmopolitan und so, überall würde man sehen, wie sich Leute zum Beispiel den kleinen Finger amputieren und nur noch vier Finger haben. Ganz weirdes Beispiel, um mal was zu erklären. Oder okay, das hat vielleicht zu viel Funktion, aber sagen wir mal nur die Fingerkuppe, sodass man es trotzdem benutzen kann, aber es wäre jetzt so ein Trend, die Fingerkuppe zu kürzen und überall würde man das auf einmal sehen und es würde, keine Ahnung, in jedem zweiten Plakat siehst du Frauen, die das haben und auf einmal fangen Männer im Fernsehen an zu reden und sagen, wow, ja, ich finde es so sexy, wenn Frauen diese Fingerkuppe, wenn es weg ist, oh, genau mein Type und so. Und dann würden Frauen auf einmal anfangen, zum Schönheitsdog zu rennen und das zu machen. Und dann wird gesagt, ja, hä, nein, das ist selbstbestimmt, die Frauen entscheiden das selbst, denen gefällt das besser, wenn sie sich selbst im Spiegel gucken, dann gefällt ihnen das besser. Ihr Mann hat denen das nicht gesagt, nee, 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 das ist nicht, weil die für andere schön aussehen wollen. Nein, nein, wenn die selbst im Spiegel gucken, dann gefällt denen das besser. Was vielleicht legitim ist, weil es sich so verfestigt hat, aber genau das, was sie eben gerade gesagt hat, es lenkt halt von dem Problem ab und von dem gesellschaftlichen Trend und von dem gesellschaftlichen Druck, sich Schönheitsidealen zu beugen, wenn wir jetzt auf einmal sagen, nee, nee, das ist alles Selbstbestimmung. Es sollte zumindest die Debatte noch geben. Es will keiner Schönheitsoperation komplett verbieten. Gar keine Frage und das ist auch nicht meine Intention, aber es ist dieses, wir fragen uns alle mal, wie sehr brauchen wir das und wie sehr sind wir vielleicht auch fremdbestimmt, wenn wir das machen. Marina, was sagst du dazu? Trägst du dazu bei, dass solche Schönheitsideale sich noch weiter normalisieren? Ich trage dazu bei, dass Frauen sich selbst gestalten können in der Bekleidung. Das dazu trage ich bei in meiner Mode, in meiner Berufung in der Modeindustrie. Und warum kann man selbst als Frau nicht zum Beispiel, also für mich ist das so, ist der nächste Schritt, Frauen dürfen kein Pink mehr tragen, Frauen dürfen keine Trendfarben. Wo ist die Grenze, ob man jetzt den Trend des Schönheitsideals im Gesicht konsumiert oder den Trend der Kleidungswahl? Kann man auch drüber reden. Ich glaube, da wird nur nicht so aufbrausend drüber geredet, weil da erstmal sich grundsätzlich niemand bei und das Messer legt und sowas alles. Aber natürlich kann man da auch total drüber reden. Wir können zum Beispiel gerade bei Kleidung über Konsumkritik reden. Wieso ist es eigentlich normal und wieso ist es eigentlich fast gewollt, dass man Markenkleidung trägt, dass man jeden Tag ein anderes Shirt zur Arbeit trägt, weil wenn man zweimal das gleiche hintereinander trägt, weil die Arbeitskollegen dann schief gucken und so, da können wir genauso drüber diskutieren. Das ist halt nur jetzt gerade nicht das Thema. Ihr seht super trendy aus. Das ist jetzt nicht so, dass ich sehe, das sind zwei Damen, die haben sich keine Gedanken gemacht, was sie heute anziehen. Aber das ist für mich Selbstbestimmung. Möchtest du da direkt mal darauf antworten? Ja, ich glaube, so von Trends kann sich niemand wirklich frei machen, auch ich nicht. Aber ich finde, da ist trotzdem noch ein Unterschied, ob ich modischen Trends folge und für mich entscheide, was ich trage, in was ich mich wohlfühle. Ich finde, Klamotten gerade sind auch eine Form des Selbstausdrucks, also wie ich mich in der Welt präsentiere, wie ich darstehen möchte in der Welt und wie ich mich wohlfühle. Halt weiter zu, ich wechsle den Akten. Das sage ich Marlena. Obwohl, nee, ich muss kurz stoppen. Selbstausdruck? Ich möchte nicht für dich sprechen, aber ich habe das Gefühl, Marlena, Selbstausdruck ist genau die Kunstfigur auch, die sie erschaffen hat und sich zu so einem Aussehen gestaltet hat. Richtig, ja. Aber wenn sie in fünf Jahren sagt, das gefällt mir vielleicht gar nicht mehr, dann kann sie nicht einfach wieder Klamotten ändern. Also sie kann schon was ändern. Also so ist nichts. Sie kann die Lippen wieder auflösen lassen, sie könnte die Nase, also das ist nicht richtig, aber tatsächlich ist es nicht so einfach, wie wenn man jetzt einfach mal die Trendfarbe grün ablegt im Kleiderschrank und sagt, ich wechsle jetzt wieder zu Kling. Ich wollte gerade sagen, frag mal Gnu. Also man kann, wenn Gnu jetzt hier gestanden hätte, hätte sie bestimmt gesagt, nee, ist eben nicht so. Ich hatte Hyaluron in den Lippen und ich habe es auflösen lassen und seitdem habe ich viel weniger Volumen. Also ist halt nicht so einfach zu ändern. Und gerade wenn du zum Beispiel eine Brust-OP hattest, du hast halt für immer Narben und so. Also so einfach zu ändern ist es nicht. Oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass die Diskussion tatsächlich so geführt werden muss, weil es gibt auch ein ästhetisches Empfinden, was wir aus der Antike übertragen heute noch sehen. Das ist nicht alles Social Media und ein Druck von außen, weil es gibt so ein Schönheitsgefühl, ein ästhetisches Gefühl, was Menschen auch haben und das kann auch variieren, das muss nicht jeder gleich haben und wenn dazu gehört, dass man sich eben operieren lässt, dann muss ich als Chirurg immer die Frage stellen, wie gefährlich ist das? Wie viel Risiko geht sie da ein, um ihrem Schönheitsideal zu folgen und das zu erreichen? Also gibt es auch mal Leute, wo du sagst, denk mal lieber noch mal ein Jahr darüber nach? Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade der richtige Moment ist oder behältst du immer alle bei dir, die zu dir kommen? Es gibt zig Beispiele, das muss man so sagen, auch im Laufe eines Tages. Sei es irgendwie die frisch geschiedene Ehefrau, die jetzt nicht zum Friseur geht, sondern ihr Leben neu umkrempeln möchte und neu aufbauen möchte, indem sie sich einen Facelift machen lässt. Das ist eine denkbar schlechte Situation, um eine Patientin da zu operieren. Generell sind psychologisch instabile Lebenssituationen nicht der richtige Zeitpunkt, um solche Operationen durchführen zu lassen, weil sie ganz einfach auch eine gewisse Kooperation von Seiten des Patienten, der Patientin benötigen und weil eben die freie Entscheidungsfindung da nicht wirklich gegeben ist. Ja, das ist ja gut. Wenn Ärzte das wirklich so machen, hoffe ich jetzt einfach mal, dann wäre es Respekt an ihnen. Aber wir kennen ja meine Lieblings-Tik-Tik-Tik-Ärzte. Wie nenne ich sie? Big und Dick. Oh mein Gott, ich wollte nur nicht Rick und Nick sagen. I don't know, aber die halt auf TikTok die ganze Zeit Livestreams machen und dann, wie gesagt, den Leuten antworten in den Kommentaren. Die schreiben, hä, ich bin erst 14, meine Mama erlaubt nicht, kann ich trotzdem irgendwie zu euch? Und dann schreiben, ja doch, du brauchst nur eine Einverständeserklärung. Komm vorbei. Blablabla. Das ist halt dann das andere Extrem, was halt auch existiert, muss man einfach so sagen. Oder zum Beispiel das Extrem, dass Leute wirklich in die Türkei fliegen und sich da die Zähne komplett runterraspeln lassen für irgendwelche günstigen Viniers. Wie das dann eigentlich? Es ist die Frage, wie man es denen sagt. Du machst nicht die Tür auf und sagst, tschüss, du bist jetzt hier nicht geeignet. Sondern man kann versuchen, in solchen Gesprächen das aufzuzeigen. Und deswegen dauern die Gespräche auch lange. Das ist nicht, wenn man zum Orthopäden geht und der misst mal irgendwie die Beweglichkeit des Kniegelenks durch, sondern man muss tatsächlich dahinter steigen, wer auf der anderen Seite des Tisches sitzt. Marlena, wir haben gerade über, ja, möchtest du einmal kurz darauf antworten? Ja, ich wollte nur einmal zu diesem, dass wir schon immer Schönheitsideale hatten, die auch schon in der Antike da stimme ich zu. Das Problem ist nur, dass es jetzt nicht mehr so ist wie in der Antike. jetzt mal als Beispiel, Sie hier, will ich jetzt einfach mal nur sagen, da sagt jetzt wahrscheinlich gleich wieder irgendjemand, sie ist ja normschön und jetzt mal no joke, sie ist ja wirklich eine richtig attraktive Frau und jetzt guckt man drauf, achtet mal auf ihre Lippen, weil wir immer von großen, aufgespritzten Lippen reden. Sie hat super schmale Lippen und es passt super zu ihr. kulturell bedingt in unseren eigenen Kulturen Schönheitsideale haben, sondern dass wir ein Schönheitsideal, was global ist, was von der westlichen Welt vorgegeben wird, was auch Personen wie die Kardashians maßgeblich quasi embracen und dass da einfach so der Druck sich einfach noch viel krasser erhöht hat, diesem Schönheitsideal anzugehören und da fallen halt vor allen Dingen Leute raus, die vielleicht aus anderen Kulturen haben, die eh andere ethnische Features zum Beispiel haben, die dann einen enormen Druck verspüren, ihre Nase umzuoperieren, weil sie halt nicht die kleine gebogene Nase ist, wie man sie vielleicht im Westen hat. Also beugt Marlena sich deiner Meinung nach einem problematischen Schönheitsbild, ob sie will oder nicht? Ja. Marlena, es geht ja jetzt gerade um Chips Cola verhext. Deswegen möchte ich dir gerne die Chance geben, auch darauf zu antworten. Also ich verstehe den Punkt gerade mit der Gesellschaft, dass wir natürlich auch Schönheitsideale vorgelegt bekommen, die nicht optimal sind. Ich kann in dem Fall nur für mich sprechen und ich finde es sowieso immer sehr schwierig, wenn man über andere urteilt und die Beweggründe urteilt. Und ich meine, ich persönlich entspreche auch nicht allem übliche. Sie hat ja nicht über die Beweggründe geurteilt. Sie hat nur gesagt, dass sie sich dem Ideal beugt, ob sie will oder nicht. Also wenn das Ideal hat, große Lippen und kleine Nase ist und sie lässt sich das operieren, dann ist das halt so. Also es geht nicht um die Beweggründe. Ein Schönheitsideal. Man sieht es nicht, aber ich bin auch im ganzen Körper tätowiert. Also ich mache das wirklich für mich und ich stehe auch zum Teil in der Öffentlichkeit und ich kriege auch sehr, sehr viel Kritik dafür. Das denkt man vielleicht nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass das was ist, was die Leute so hinnehmen und das finde ich auch nicht so schön. Was sagt ihr denn? Kann man Schönheits-OPs einfach nur für sich machen oder macht man es am Ende dann doch, um einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich wollte gerade auch noch mal sagen, ich verurteile niemanden und ich verurteile auch nicht dich dafür, dass du das gemacht hast. Und ich glaube dir auch, wenn du sagst, ich habe das nicht wegen einem bestimmten Schönheitsideal gemacht, darum geht es mir jetzt gar nicht. Es geht nur darum, dass in der Gesamtheit unterstützt ist oder unterfüttert ist trotzdem ein Schönheitsideal. Ey, die ist my girl. Die kann es richtig gut auf den Punkt bringen und sagt eigentlich genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Wo gewisse Sachen, die gerade irgendwie dieses Schönheitsideal gerade hergeben, wie zum Beispiel aufgespritzte Lippen, höhere Wangenknochen, dann ist es egal, mit welchen Hintergrund Gedanken man das gemacht hat. Unterfüttert ist es leider trotzdem. Das war mein Punkt. Nicht, dass ich das verurteile, dass du das gemacht hast. Justus, wie siehst du das, wenn du das hörst? Ich kann vielen zustimmen, aber ich glaube, wir können uns alle auf eine Sache einigen, und zwar, dass es halt um Selbstbestimmung geht, dass man was für sich macht. Aber was ist mit den Leuten, die das versuchen, die das so nachzueifern, weil sie halt irgendwelche Vorbilder sehen, aber nicht ansatzweise so aussehen können und dann einfach noch mal weiter in die Unzufriedenheit rutschen? Das ist so ein bisschen mein Problem damit. Worüber wir auch gar nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel, okay, bei Frauen gibt es kleine Eingriffe, aber sprechen wir doch auch mal über das Thema Männer, wenn das Thema doch größer wird. Wie stehen wir denn dazu, wenn sich ein Mann jetzt sagt, ey, ich hätte jetzt gerne ein Sixpack, mach mal. Man versucht ja dadurch, einem Schönheitsideal, dass sich das wirklich aufzupressen, einen trainierten Körper, einen jemanden, der nicht trainiert ist. Du hast vielleicht einen, jemanden, der Rückenschmerzen hat, unausgebildeten Körper, aber dann ein Sixpack, was er sich einsetzen lässt. Die werden nicht operiert tatsächlich. Bei ihm, aber guckt ihr doch mal hier, wie heißt die, die, die immer nackt rumläuft von Germany's Next Topmodel, ehemalig, Michaela Schäfer, die hat sich einfach ein Sixpack operieren lassen und wirklich richtig, ich glaube, einsetzen lassen. Der Sprechstunde ist so ein Fall, das war so der Klassiker, würde ich sagen, weil diesen Six, oder dieses brutale, durchdrainierte Sixpack, das wünschen sich tatsächlich nur Jungs, die wirklich Sport machen und da nicht mehr hinkommen. Und da muss man natürlich ganz kritisch die Frage stellen, braucht man so was, wenn die damit glücklich werden und denen fehlt so der, die letzten 10 Prozent an Disziplin mit Low Carb und Verzicht auf Alkohol und was auch immer und die dürfen nichts Süßes mehr essen, damit sie wirklich ein trockenes Sixpack haben, dann bekommen sie es halt, weil die Komplikationsraten bei so etwas sind bei weitem nicht zu vergleichen mit einem Brasilien Budlift. Mich würde es aber interessieren, ich glaube schon, dass bei einem Mann eine weniger sensible Motivation teilweise dahintersteht wie bei einer Frau. Was meinst du damit? Ich glaube, dass der Druck unter Männern einfach ein anderer ist als bei Frauen, vom Schönheitsideal. Also Männer leiden mehr unter unseren gesellschaftlichen Schönheitsidealen als Frauen? Weniger. Weniger? Also ich kenne, ich kenne glaube ich keinen Mann, der sagt, hey, ich ziehe das auch nur ansatzweise in Erwägung und die haben die krummsten Zähne und die schiebsten Nasen und bei sehr viel mehr Frauen ist das dann aber tagtäglich auch Thema. Hä? Aber was hat das mit seinem vorherigen Argument zu tun? Da muss ich Justus jetzt mal, da kann ich Justus gerade nicht verstehen, was er damit sagen wollte. Vielleicht wurde auch was geschnitten. Weniger verurteilt werden als Frauen? Ich weiß es nicht. In der Nase? Also dass bei Männern halt einfach da nicht drauf gehauen wird und bei den Frauen dann so, boah, hast du in der Nase gesehen? Und bei einem Mann wird es halt nicht gesehen. Bei einem Mann wird halt viel Makel akzeptiert, der eigentlich kein Makel ist, der bei Frauen wiederum nicht akzeptiert wird. Was machen denn die Männer bei dir, wenn die zu dir kommen? Das sind Fettabsaugungen, das sind allerdings auch Eingriffe, die den Intimbereich betreffen. Ja, also das, wo es wirklich wie bei den Frauen bei der Brustchirurgie, bei den Männern sozusagen, in den Bereich hineingeht, wo man sagt, da ist die Männlichkeit zu finden, da ist, kann man mit Fett aufbauen und Fettspritzen, mit Hyaluronsäure den Intimbereich aufbauen. Das sind alles Dinge, die mittlerweile auch die Männer für sich einfordern. Es ist ja nicht nur, dass wir als Männer irgendwie ein äußeres Bild erfüllen müssen. Die Männlichkeit ist ja für viele junge Männer auch das, was sie im Intimbereich mitbringen. Die gehen unter die Dusche und dann sehen sie irgendwie andere Jungs und dann fangen da vielleicht die Hänseleien an oder so. Ich finde, man sollte das auch nicht irgendwie wegkichern, werden ja viel öfter auf ihr Aussehen reduziert. Und deswegen ist das in so einem Ungleichgewicht. Da ist einfach keine Gleichberechtigung auf dem Sinne, dass Frauen viel öfter für ihr Aussehen diskriminiert und verurteilt werden als Männer. Und dadurch entsteht natürlich auch für Frauen ein viel größerer Druck. Und wenn... Ich glaube, da sind die auch alle auf einer Seite, oder? ...die das dann aber machen und sich dem fügen oder ein vermeintliches Opfer davon werden, dann gibt es ja auch wieder eine Gruppe von Menschen, da zähle ich dich dazu, die diesen Druck ausübt, zu sagen, nee, du musst dem Stand halten, du musst dich so gut finden, wie du bist. Also es ist ja auch da wieder ein doppelter Druck, der auf Frauen lastet. Nee, finde ich nicht. Da muss ich sagen, kann ich die Moderatorin gerade nicht verstehen. Also ich verstehe natürlich, was sie meint, aber der Druck, der vermeintlich, also der ist natürlich da. Du kriegst als Frau von außen immer dieses vorgespiegelt auch, du solltest jung und schön und hübsch sein. Aber natürlich kann man es dann scharf kritisieren, diesem Druck nicht standzuhalten, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber ich finde schon, dass doch das Ziel eher sein sollte, gerade als Frauen, wie gesagt, die darunter leiden, sich dafür stark zu machen und irgendwie verschiedene Role Models in die Welt zu bringen und aber auch sich, das müssen wir auch ganz ehrlich sagen, nicht selbst so sehr den Druck zu machen, weil man sucht sich ja auch irgendwie immer die Vorbilder, die ideal sind. Und wie gesagt, guckt mal, haltet mal in ein paar Serien und Kinofilmen nach Frauen Ausschau, die nicht dem Ideal-Ideal entsprechen und eifert doch vielleicht eher denen nach, weil die sind ja auch erfolgreich und keine Ahnung, begehrt und was auch immer. Dementsprechend, finde ich, kann man das schon kritisieren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut formuliert habe, da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das besser formulieren kann. Den Männern ja gar nicht haben. Also ist das dann nicht unfair, auch eine Erwartung, die du dann zum Beispiel an Frauen hast, dass man zweimal stärker sein muss als die Männer? Ja, ich kann verstehen, dass du das so siehst. Ich würde trotzdem noch mal mit schulden, dass ich jetzt niemanden, ich verurteile niemanden dafür, wenn sich jemand operieren lässt und sage auch nicht so, du hättest du nicht. Aber du hast die Erwartung ja schon, das ist das Best-Case-Szenario. Dass du die Leute nicht verurteilst, das ist, glaube ich, klar geworden. Ja, klar ist das das Best-Case-Szenario, so logisch. Natürlich ist es logisch, das Best-Case-Szenario, wenn du es schaffst, dem Druck standzuhalten von einer fucking konsumgetriebenen Gesellschaft im Kapitalismus dein eigenes Ding zu machen und gesund mental und physisch bist. Natürlich ist das das Best-Case-Szenario. Ich erinnere nochmal an den kleinen Finger, den wir uns wegoperieren lassen. Natürlich kann man dann sagen, ja, aber die Frauen, die leiden unter dem Druck, dass es aktuell ein Ideal ist, dass man keinen kleinen Finger mehr hat. Aber natürlich ist es besser zu sagen, ey, lasst doch einfach als Frauen aufstehen und sagen, wir scheißen auf euren gesellschaftlichen Druck und wir nehmen den Druck jetzt weg aus dieser Welt. Natürlich ist es das Best-Case-Szenario. Naja, ich möchte nur, dass das irgendwie nicht so normalisiert wird. Also, dass nicht einfach gesagt wird, das ist, da müssen wir nicht weiter darüber reden, dass da ein Schönheitsideal irgendwie im Raum steht. Das ist irgendwie jetzt völlig normal und für mich persönlich auch, dass es irgendwie Ermächtigungs ist. Marina, würdest du sagen, dass Frauen machen können, was sie wollen und am Ende wird ihnen immer wieder das vorgeworfen, dass sie Opfer sind von Männer gemachten Schönheitsidealen und ja selber gar nicht wirklich wissen, was sie da machen? Ich sage nicht, dass das Frauen immer vorgeworfen wird. Ich sage, ich möchte, dass Frauen machen können, was sie wollen, ohne dass irgendwer was dazu zu sagen hat. Nämlich weder andere Frauen noch andere Männer, noch die Gesellschaft. Dafür möchte ich einstehen. Seien das Operationen, seien das Make-up, seien das Trends. Ich stehe für Selbstbestimmung und ich finde es eben nicht feministisch zu sagen, Frauen sollten das und das nicht machen, weil wir machen das ja nur, um den Männern zu gefallen. Dann macht man eine Frau kleiner, als sie eigentlich ist. Ja, ich weiß voll, was sie gemeint und ich stimme mir auch sehr, sehr doll zu. Ich bin auch für Selbstbestimmung und deswegen zum Beispiel wäre ich niemals dafür, dass wir irgendwas regulieren. Also natürlich lebensbedrohliche Eingriffe wie Brazilian Butt Lift und so. Können wir mal drüber sprechen, ob man das ärztlich reguliert. Aber ich bin voll dafür, dass wir in einem Land leben, wo jeder jede Operation machen kann, wo auch jede Frau sagen kann, ich operiere mir jetzt die Nase, die Ohrläppchen oder den linken C und ich muss dafür auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Gutachten oder so bekommen. Nein, ich kann einfach selbstbestimmt da hingehen und das machen. Finde ich super. Ich möchte da bleiben. Ich möchte nur einfach mit euch diskutieren über die intrinsische Motivation, über gesellschaftliche Trends und über die Idee, ob es nicht auch manchmal gut sein könnte, sein eigenes Streben nach Schönheit mal zurückzustellen, sich wieder auf Gesundheit zu fokussieren, zu appreciaten und zu wertschätzen, wie schön es ist, gesund zu sein, ohne Operationen zu brauchen. Und ich will einfach nur, dass da nochmal doppelt drüber nachgedacht wird und das vielleicht, wie gesagt, das würde ich on top sagen, dass man drüber nachdenkt, wie Schönheitsoperationen im Netz beworben werden, dass man darüber nachdenkt. Da würde ich schon sagen, braucht es Regularien. Also es kann nicht sein, dass im Internet Schönheitsoperationen angepriesen werden können, noch und nöcher, mit Vorher-Nachher-Bildern und das ist so toll und man braucht nur so lange, um zu heilen und in keinem einzigen Satz irgendwie auch nur ein einziges Risiko erwähnt werden muss. Das kann nicht sein. Also wenn jemand eine OP bewirbt, muss er im gleichen Zug auch sagen, finde ich, die schwerste Komplikation kann sein, dass die Nase abstirbt oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Also das meine ich im Sinne von Regulation, aber ich bin trotzdem total dafür, dass jeder frei und selbstbestimmt machen kann, was er will und dass auch sie hier sich komplett nach einem Schönheitsideal modellieren kann. Gar keine Frage, aber ich möchte, dass wir auf jeden Fall darüber reden können, was das mit der Gesellschaft macht, wenn sich jeder diesem Schönheitsideal beugen würde und auch vielleicht Kritik darin üben, weil wir sind ja, wie gesagt, ein freies Land. Joni, sollten wir aufhören, Frauen zu sagen, wie sie ihr Äußeres zu verändern haben oder nicht und vielleicht auch mehr in Betracht ziehen, dass sie das aus einer Selbstbestimmung heraus machen? Ich glaube, das ist so die Trick-Question irgendwie dabei. Also ich sehe den Punkt auch total. Mein Problem damit ist immer, ich frage mich, wie selbstbestimmt sowas dann ist, wenn ein 14-jähriges junges Mädchen auf Social Media suggeriert bekommt, dass sie nicht mit sich und ihrem Körper zufrieden sein kann, weil sie nicht so aussieht, wie alle anderen diese Mädchen, die dann als schön gelten und ob es nicht halt feministisch ist, zu sagen, wir kämpfen dafür, dass wir uns davon befreien können und wirklich selbstbestimmt handeln können. Also ohne diesen Druck zu verspüren, ohne dass wir eingeordnet werden in schön und nicht schön und wertvoll und nicht wertvoll. Und das ist natürlich, also natürlich ist das eine Utopie. Das werden wir nie erreichen, diesen Punkt. Also ich schätze mal zumindest nicht mehr in meinem und eurem Leben. Natürlich ist das eine Utopie, aber den Regler ein bisschen zurückzuschrauben, das wäre meines Erachtens schon das Ziel. Sodass man sich eben nicht mehr überlegt, ach ja, ich habe Mittagspause, oh, da gehe ich doch in der Mittagspause eben Hyaluron in meine Lippen machen. Dass das halt, ja, sich ein bisschen zurückreguliert. Trotzdem wird es schon gehen, weil ich sehe diese Patientinnen, die ohne eine Brust in die Sprechstunde kommen, zwei, drei Mal da reinkommen. Die sind im Übrigen nicht so, dass mein Freund sagt, die soll mir jetzt eine Brustverguss machen. Also die sagen, die anderen Mädels haben eine Brust. Ich nicht. Ich will das auch gerne haben. Ich will mir auch gerne einen BH kaufen, die laufen ohne BH rum. Ich hätte auch gerne ein Bikini-Oberteil. Die laufen dann mit einem T-Shirt rum im Sommer, wenn sie da irgendwie am Baggersee sind. Und wenn man denen eine Brust... Ja, das ist auch, ach, das ist halt das Problem. Er bringt halt auch immer gute Beispiele und es ist halt so anekdotische Evidenz und na klar, wie gesagt, das sagt ja auch keiner. Das ist halt so ein bisschen Strohmann. Das hat sie ja jetzt auch gar nicht gesagt, dass sie möchte, dass junges Mädchen, was total darunter leidet, dass sie keine Brüste hat, dass die jetzt auf gar keinen Fall sich unter keinsten Umständen desoperieren darf. Das will doch keiner. Und dementsprechend, ja, es ist so ein bisschen Strohmann-mäßig, ne? Es ist kein richtig Das Vergrößerung macht, was man eben tatsächlich in einer vernünftigen Größe, die zu den Körperproportionen passt, bleibt, gerade bei so jungen Frauen, die sich auch körperlich noch entwickeln. Dann macht das was mit diesen Frauen. Und die gehen ganz anders und selbstbewusst wieder zurück ins Leben nach der Operation. Deswegen kann ich diesen Punkt nicht verstehen. Sorry. Also ich verstehe jetzt, dass du für dich das jetzt so siehst, aber du siehst diese Mädels nicht. Ich sehe diese Mädels, die kommen. Wie gesagt, es ist ein Strohmann. Sie hat am Anfang schon erwähnt, dass sie das nicht verurteilt, wenn einzelne Personen das machen. Sie hat gesagt, sie möchte diesen gesellschaftlichen Trend und dieses Wir sehen etwas auf Social Media, vergleichen uns damit und sind deswegen unglücklich. Das möchte sie zurückdrehen. Sie möchte aber nicht dem 14-jährigen Mädchen, das komplett verzweifelt ist und mit ihrer Psyche am Ende und seit fünf Jahren über ihre nicht vorhanden Brüste nachdenkt, was mit 14 keinen Sinn macht, sagen wir mal 17 oder 18. Diese OP verweigern, das will sie gar nicht und dementsprechend, ich glaube, diese beiden Seiten stehen eigentlich näher aneinander, als sie denken. Und zu mir in die Sprechstunde. Und ich war so ein Fall. Also es ist genau das, was du gesagt hast. Das habe ich durchgemacht und durchlebt und ich kann das nur bestätigen. Steffi, ist es nicht uncool, dass eine Person wie Marlena sich die ganze Zeit rechtfertigen muss dafür, dass sie diese Operationen und Eingriffe durchgeführt hat, obwohl sie selber gesagt, ich habe das selbstbestimmt gemacht und ich bin glücklicher damit? Wenn sie das für sich ja so entscheidet, dass das für sie der richtige Weg ist, dann darf sie das auch ruhig so entscheiden. Was ich nur finde, mein Aufklärungsgespräch war einfach nicht gut. Und deswegen finde ich, einfach müsste man da gucken, dass man bessere Chirurgen oder dass man da irgendwie ein bisschen transparenteres System irgendwie findet, damit die Leute einfach nicht so leicht an diese OPs rankommen. Weil ich habe super leicht geschafft, dass ich zweimal hintereinander in nicht mal einem halben Jahr eine Brust-OP abmachen lassen, also eine Brustvergrößerung und das sollte nicht so gemacht werden. Also ich glaube, dass sie einmal vergrößern lassen und dann nochmal vergrößern lassen. Genau, die erste Brustvergrößerung und dann die zweite damals und das mit Anfang 20. Und das war wahrscheinlich nicht mal der vorgegebene Rahmen, in dem man das medizinisch machen wollte. Und ich glaube, es müsste einfach besser kontrolliert werden. Nektarius, wenn du das hörst, schüttest du deinen Kopf über deine Kollegen und denkst dir, um Gottes Willen, was habt ihr denn da gemacht? Ich glaube, sie polarisiert jetzt auch ein bisschen, weil sie steht auf dem grünen Feld und nicht auf dem gelben Feld. Es ist sicherlich schlecht gelaufen, so wie ich das jetzt raushöre, aber das ist nicht im deutschen Durchschnitt so das übliche Prozedere. Das habe ich aber schon oft auch so mitbekommen. Ich erkläre es. Also es ist so, dass mittlerweile die Schönheitschirurgie oder die ästhetische Chirurgie als Leistung ja in der Breite der Gesellschaft angekommen ist. Ja, das muss man so sagen. Das heißt, dass jetzt nicht irgendwie zuerst da ästhetische Chirurgen waren, die gesagt haben, wir wollen euch jetzt alles was verkaufen, sondern der Markt hat sich entwickelt und aufgrund dieses Bedarfs haben sich dann eben die Dienstleister dort aufgestellt. Und dass es da auch schwarze Schafe geben kann, das ist ja selbstverständlich, das weiß man. Tatsächlich glaube ich allerdings, dass man diese Social Media Geschichte nicht unbedingt verteufeln muss, sondern es kann durchaus dazu beitragen, dass man eben auch Transparenz schafft und sagt, guck mal, hier bei uns machen wir das so und wenn du zu mir kommen möchtest und möchtest Hyaluronsäure bekommen oder Botox, dann musst du trotzdem einen Beratungstermin bezahlen, der kostet was. Und wenn es um das Thema Brustvergrößerung geht, gerade auch in dem Segment so mit Anfang 20, da bedarf es mindestens eines einstündigen Gesprächs. Dann gibt es noch mal eine Konsultation. Ja, jetzt verliert es sich irgendwie ein bisschen zu sehr in Einzelfällen, muss ich sagen. Ich glaube sogar, dass wir hier gleich cutten. Wo wir tatsächlich auch auf dem iPad das alles schon dokumentieren. von ewig langen Reactions. Und ich habe tatsächlich neben einem Instagram-Kanal auch einen YouTube-Kanal, da kann man ein bisschen länger reden als bei Instagram, wo wir auch versuchen zu erklären, warum muss man... Das machen meinetwegen viele so, aber das machen nicht alle so, weil wir haben ja jetzt zum Beispiel ein Beispiel gehört, wo es nicht so gelaufen ist. Okay. Ja, ich würde sagen, ich verweise euch an das Video weiter. Guckt euch den Rest bei 13 Fragen an. Ich habe ja, wie gesagt, schon mal durchgeskippt und ich muss sagen, es kamen für mich jetzt nicht noch mehr richtig große Punkte. Hier ist vielleicht noch interessant Werbeverbot auf Social Media. Ich weiß, dass sie sich am Ende sehr nah angenähert haben und das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Im Grunde genommen wollen wir doch eigentlich alle das Gleiche, oder? Wir wollen kompetente Ärzte, gute Aufklärung, wir wollen eine freie Gesellschaft, in der jeder das machen kann, was er möchte, aber wir möchten auch, dass Schönheitsideale vielleicht nicht mehr uns, ja, total eingehämmert werden und wir vielleicht deswegen irgendwas machen, was wir gar nicht wollten in the first place und unsere Gesundheit gefährden. so kann man es auch gut zusammenfassen, oder? Das war's, schaut bei 13 Fragen vorbei und lasst ein Like da.